Grüße gehen raus an euch, ich bin's Leslie von Dein Handy und damit herzlich willkommen hier zurück auf diesem Kanal. Apple war in der letzten Woche super fleißig und hat nicht nur ein neues iPhone veröffentlicht, sondern auch ein neues Betriebssystem und das zwar nicht nur für die neuen iPhones, sondern für all unsere Geräte. Ein Feature, worauf wirklich alle gewartet haben, ist der Dark Mode. Man musste sich in den letzten Jahren bei Apple so ein bisschen behelfen. Da gab es schon etwas in den Bedienungshilfen, aber so richtig doll war das jetzt nicht. Es gibt jetzt einen offiziellen Dark Mode und wie ihr den findet, das ist ganz einfach. Ihr schnappt euch euer Smartphone, unlockt das Ganze, haltet Ausschau nach der Settings-App, geht dann ein bisschen runter in den Einstellungen, bis da ein Eintrag kommt zum Display. Den tippt ihr bitte an und dann springt euch auch schon Light und Dark an. Cool. So, das heißt, ihr könnt euch jetzt entscheiden, wie euer iPhone aussehen soll. Ich persönlich habe mir das so eingestellt, dass das Ganze nach Sonnenuntergang sich umstellt, also automatisch quasi in den Dark Mode wechselt, was für meine Augen sehr angenehm ist. Ihr könnt das aber auch nach eurem ganz persönlichen Plan gestalten. Das ist ganz einfach. Tippt ihr dann quasi einfach hier auf diese Option, wann das Ganze stattfinden soll und dann habt ihr irgendwie nach Sonnenuntergang oder nach Sonnenaufgang und dann euren Custom Schedule. So heißt das bei mir, mein iPhone ist auf Englisch. Aber lasst euch da nicht irritieren. Es gibt nur zwei Einträge und dann könnt ihr euren ganz eigenen Plan festlegen. Wenn ihr nämlich sagt, hey, meine Augen finden um 14 Uhr den Dark Mode genauso geil, ja, dann legt das doch einfach fest. Ein weiteres Feature, was iOS-Nutzer in Freudenstürme versetzen wird, es ist zwar klein, aber haut deswegen trotzdem ganz schön rein, ist nämlich die Überarbeitung der Fotos-App und im Speziellen die Möglichkeit, dass wir endlich, thank God, oh mein Gott, endlich Fotos und Videos mit Filtern gleichzeitig bearbeiten können. Und nicht nur das, wir können nicht nur Filter auf die Video klatschen, quasi in Real-Time, sondern die Videos auch noch drehen und alles machen, was man sonst auch mit Fotos machen konnte. Ist das nicht der Wahnsinn? Und das zeige ich euch ganz kurz, wie das geht. Dazu schnappt ihr euch wieder euer Handy, entsperrt das Ganze, geht in die Fotos-App und hier habe ich ein kleines Video gerade gedreht von Behind the Scenes mit der Mayelle und unserer Kamera, die fleißig das Ganze hier aufnimmt. Und ihr habt dann da oben so einen Edit-Knopf und hier seht ihr auch schon endlich die Möglichkeit, Filter anzuwenden. Das tue ich jetzt hier gerade, mein Lieblingsfilter ist dieser Dramatic Cool, der ist der Wahnsinn, wenn ihr mich fragt. Und das Ganze hier auch einmal flotti-karotti zu drehen und zu beschneiden sogar, wenn ich will. Jetzt wird es gesaved. Und gleich ist es fertig. Trommelwirbel, 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 zack. Wahnsinn, oder? So einfach geht es hier mit dem neuen iOS 13 und der Fotos-App. Könnt ihr euch noch an die Momente erinnern? Man ist mit Freunden unterwegs, man fährt zusammen zur Party oder in den Club und will schon mal so richtig sich in Stimmung bringen. Sitze in der Straßenbahn und jeder hockt so über seinem Handy, hat seine AirPods drin und wartet nur darauf, dass wir alle synchron Play drücken, damit wir ungefähr dieselbe Musik hören, keinen anderen stören und unsere Silent-Kopfhörer-Airpod-Party machen können. Oh mein Gott, wie anstrengend. Wir kommen von einer Zeit von Kabelverlängerungstwistern, wo jeder sich so reinklicken konnte. Dann haben wir den Trouble gehabt, dass keiner synchron Play drücken konnte. Und das hat Apple erhört. Nämlich mit dem neuen Feature eine Audioquelle zu haben und mehrere AirPods damit bedienen zu können. Das geht egal, was ihr tut, ob ihr Filme schaut oder Musik hört. Man kann jetzt zwei AirPods-Paare zusammenkoppeln und das mit einem Freund oder einer Freundin genießen. Geniales Feature, probiert es aus. In der Vergangenheit hat Apple immer mal wieder mit Kritik kämpfen müssen, was sich auf den eigenen Kartendienst bezieht. Da war nämlich Apple in der Vergangenheit nicht ganz so ambitioniert. Das hat sich aber geändert. Spätestens jetzt mit iOS 13 hier buttert man ordentlich nach und liefert unter anderem ein Feature, was ziemlich nützlich ist und was den Kartendienst auch by the way ziemlich personalisiert. Das Ganze nennt sich nämlich Collections und in diesen Collections kannst du deine Lieblingsorte zusammenstellen. Wir gucken da einfach mal zusammen rein. Ich anlocke mein iPhone, öffne Maps und das Erste, was ich schon direkt sehe, nach einem kleinen Swipe-Up von dieser Menüleiste hier, Kollektionen sind prominent platziert. Und hier kann ich jetzt im Prinzip meine Lieblingsorte, Lieblingsbahnverbindungen, Lieblingscaféhäuser oder die nützlichsten Ärzte, die ich irgendwie im Umkreis von 500 Metern finden kann, zusammenstellen. Egal was, Hauptsache Collections helfen dir, deinen Alltag einfacher zu gestalten. In dem Fall würde ich sagen, probier es doch einfach mal aus. Von den sozialen Netzwerken sind wir es bereits gewöhnt, und zwar das Single Sign-On Feature. Egal ob Facebook, ob Twitter oder Google, jeder bietet da etwas an. Im Moment aber ist es so, dass wir bei jedem Single Sign-On ganz schön viele Daten von uns preisgeben. Sowohl Facebook als auch Google oder Twitter wissen, wo und wann und wieso wir uns bei Diensten anmelden. Kritische Sache hat sich Apple gedacht. Und Apple hat sich ebenfalls gedacht, da geht noch mehr an puncto Datenschutz. Und deswegen haben sie ihren eigenen Single Sign-On Service vorgestellt in iOS 13. Und dieser macht dir das Leben nicht nur leichter bei der Registrierung bei neuen Diensten, sondern legt pro Dienst auch eine neue E-Mail-Adresse für dich an. Ziemlich kryptisch, ziemlich lang. Die aber sorgt dafür, dass du nachverfolgen kannst, welcher Dienst dich dann künftig zuspammt. Und das kannst du dann einfach und gemütlich abstellen. Ziemlich coole Sache. Apple schützt in dem Fall deine Daten, interessiert dich nicht dafür, wo du dich anmeldest. Denn wir erinnern uns, Apple macht kein Geschäft mit Daten, sondern Geschäft mit Software und Hardware. In dem Fall finde ich persönlich dieses Feature ziemlich cool und G.S. ein persönliches Highlight. Das war's, dein Top 5 Guide durch die besten Funktionen von iOS 13. An dieser Stelle kann ich nicht viel mehr sagen als Danke fürs Zuschauen. Und natürlich, ihr wisst, was jetzt kommt, aber ich sag's, weil ich's immer sage. Abonnieren nicht vergessen. Glocke aktivieren. Hau diesen Button kaputt, bis es klingelt. Und hinterlass Kommentare, Kritik, Feedback, Essenswünsche, Getränkebestellungen. Alles unten in die Kommentare. Ich freu mich auf euch beim nächsten Video, im nächsten Video, mit dem nächsten Video. Seid dabei. In diesem Fall habt eine tolle Zeit. Bis dahin. Ciao.